Der Bastian Schweinsteiger wird das Amt des Kapitänes übernehmen. Er und ich haben jetzt seit vielen, vielen Jahren, seit zehn Jahren eben auch ein sehr vertrauensvolles Verhältnis. Er hat eine immense Erfahrung, er genießt eine hohe Akzeptanz innerhalb der Mannschaft und natürlich auch im Trainerstab. Und er ist auch innerhalb der Mannschaft ein sehr, sehr guter Kommunikator, was natürlich auch wichtig ist für dieses Amt. Und er wird in den nächsten zwei Jahren dieses Amt begleiten.